Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim! So, wir gehen ins Portal 2, denn ich will gucken, ob es im Schneegebiet neben Obsidian vielleicht jetzt auch Dungeons gibt, die mit dem Knochenmanns freigeschalten wurden. Oder aber neue Erze, oder aber ganz viele andere Sachen. Dazu müssen wir nur auf diesen Berg hoch. Ja! Und ein Drachenei brauchen wir noch. Habe ich so viel Platz? Oh, das wird knapp. Das wiegt ja schon alleine 200. Ich muss nochmal zurück. Ich will meine große Axt daheim lassen. Den Hammer lasse ich daheim. Den Bogen nehme ich mit. Ja! Düh, 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 düh. Ähm... Ach, hier haben wir auch noch einen Haufen Zeug. Oh, okay. Das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier. Ähm... Ja, das nimmt sich nicht viel, ne? Der Rest kommt alles mit. Und dann gehen wir nochmal durch die Zwei. Wobei wir das Portal mittlerweile auch abreißen können. Und woanders setzen. Hier gibt's ja gar nichts mehr. Bis auf den Schneeberg. Und da können wir auch von der Eins dahin. Ah ja, und unsere kleine, äh, 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 nebenbei-Hütte. Es steht noch dort herum. Aber gut. Da dürfte nicht viel Loot drinnen sein. Ja, da wollen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Irgendwie. Irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Ja, okay. Ja. Einfach gesagt, als getan hier. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass da oben irgendein Spawnpunkt ist von irgendwas. Da hinten geht's besser, denke ich mal. Ah, wir haben ja Zeit. Und mehr als Schaden kriegen kann ich nicht. Jo, hier müsste es leichter hochgehen. Aber das Ei kann man hier wieder nicht durchs Portal transportieren. Das ist wieder scheiße. Das ist wieder scheiße. So, gleich mal eins reinhauen hier. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Äh, fliegende Drachy-Lions sehe ich hier gerade nicht. Aber ich sehe Obby. Äh, auf der 4 war die Spitzhacke. Und das dürfte auch nicht so viel... Nö, nimmt nicht so viel weg. Nice. Da ist ein Drachenei. Ernsthaft. Muss ich mir gleich markieren? Ähm. Ei. Okay. Oh. Was war das denn? Okay. 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 Hier. Hier. Hier muss irgendwo der Schatz sein. Hier. Oh. Oh. Silber! Ich hab Silber jetzt! Es tut mir leid, das musste ich jetzt mal freilegen. Wo ist er? Komm zurück! Komm her, du kleiner Headshot! Leute, hab ich tatsächlich Silber! Ja, das wird ja was werden. Wenn wir hier jetzt jedes Mal danach suchen müssen. Ah, ich bin zu voll! Schön! Äh, ha, 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 ha! Da ist noch ein bisschen Silber. Aber weiter runter geht's hier wohl nicht mehr. Doch, aber sehr wenig. Okay. Okay. Das müssen wir uns dann gleich mal markieren. Scheiße, ich bin noch ein bisschen zu schwer. Bringt ja alles nix. Die Spawn tut das Zeug ja nicht. Das ist schon mal sehr nice. Äh, das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte es erst mal aufteilen. Wie schwer ist denn eins? Ich werde mir das hier auf jeden Fall markieren. So, ähm... Silber! Wo ist es? Da hinten ist es. Gut, dann kommen wir hier lang runter. Wir müssen uns ja auch noch das Ei holen. Aber Momente mal. Ähm, ich muss in die Richtung. Ich komme ja nicht durchs Portal mit dem Erz. Außer mit dem Orbi. Also, jetzt will ich wissen, was wir daraus noch alles kriegen. Ich würde sagen, ich setze jetzt hier nochmal einen Cut. Bewege mich nach Hause. Und dann schauen wir uns mal an, was wir aus dem Silber machen können. So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut. Und ich bin gerade, wie ihr seht, ähm... Vor der Base. Ähm, mir ist auch gerade was eingefallen. Wir haben ja hier bei unserer Base so einen wunderschönen Schneeberg. Wenn der Darko dann in der nächsten Folge dabei ist, werden wir beide uns einen Anhänger bauen. Beziehungsweise, ich nehme den, den wir schon haben. Darko bekommt auch einen gebaut. Dann gehen wir zu dem Eisberg hinter der Base. Und, ouch, dorte werden wir dann auf Schatzsuche gehen und Silber farmen. So, und jetzt will ich aber wissen, was kriegen wir aus dem Silber? Da bin ich jetzt total neugierig drauf. Entweder neue Waffen, neue Rüstung, neue Tools. Oder aber... Irgendwas anderes. Wir lassen uns da jetzt einfach mal überraschen. So, Obi war hier hinten. Genau. Äh, das Pelz war dort. Und die Keulen waren hier. Da unten, das dürfte doch nicht fertig sein. So, ooooh, jetzt, äh. Wir haben neuen Loot. Da müssen wir doch glatt mal lunzen, ne? Wolfsbrustschutz. Wolfspelzhammer. Wolfsbeinschutz. Wolfsbrustschutz. Ein Drachenhelm. Ich brauche Silber. Ähm. Silberschwert macht normal. Schlitzen 75. Oh, das wird sich Starko machen wollen. Blockwert 75. Gut, meins macht aktuell 70. Ja, gut. Ansonsten, es gibt Silberpfeile. Ja. Gibt's hier noch irgendwas, was wir aus Silber machen können? Ne. Oh, ach, ich hab jetzt den Hammer nicht hier. Schade. Ja, den Drachenhelm will ich auf jeden Fall haben. Das steht fest. Äh, jetzt kann ich mal ganz kurz das hier machen. Ähm, die bleibt da drinnen. Das ist alles Crap. Das brauch ich nicht. Äh, das ist Bronze Tools. Da kann ja im Grunde das hier mit rein. So, das nicht. Äh, die hebt man mal off. Ja, so. Davon haben wir nur die Humpen. Äh, den Schmari-Pari braucht man nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das war sehr gesunder Mäh. Der sollte hier rein. Wir haben das letzte Mal nur schnell, schnell hier wieder ausgepackt, nachdem wir da den Knochenwand umgehauen haben. Äh, Karotten-Suppen waren da. Ich muss unbedingt gesunden Mäh herstellen. Ketten und so weiter war alles hier drüben. Ja, so viel Silber konnte ich leider nicht mit mir rumschleppen. Schade eigentlich. Ich hätte mir gern hier eine fette Rüstung jetzt gemacht. Schade, schade. Schokolade. Genau, ich wollte das hier gucken, ne? Nein, nix Neues. Auch nix Neues. Auch nix Neues. Auch nix Neues. Schade. Schade eigentlich. So, das letzte Silber. Wie viel haben wir denn zusammen? Zehn Stück. Kann ich dafür irgendwas machen? Zur Not gehe ich eben hoch auf ein Schwert. Schlitzen 75. Ja, das macht definitiv mehr als meins aktuell. Aber das braucht 40 Silber. Holy shit. Ähm, ich mache mir auf jeden Fall erstmal davon jetzt ein Schild. Das steht fest. Ich brauche noch Edelholz. Ich glaube, zehn Stück müssten ausreichen. Ja. Was kostet mich jetzt das Upgrade? Vier Stück. Ah, schade. Da fehlen noch zwei. Da fehlen noch zwei. Zwei. So, wie sieht das aus? Boah, ja. Schon nicht schlecht. Muss noch mal ein bisschen aufgewertet werden. Ähm, Antifrostschutzmittel. Da runter erst einmal. Jo, wie gesagt, hier den Berg werden wir mal komplett abfarmen. Und dann geht's auf dem weiter. Und dann da. Weil da... Ne, wir machen erstmal den. Ähm, da kann ich ja gleich mal gucken. Was kostet denn noch ein Wagen? 10 Bronzenägel, 20 Holz. Ganz ehrlich. Also für Silber machen wir das. Äh, und immer ein bisschen Holz... Ah ne, das können wir ja unterwegs fahren. Sonst immer Holz dabei haben, um den zu reparieren. Und, ja. Das heißt, wir können jetzt neue Sachen wieder herstellen. Gibt die Wolfspelz-Rüstung jetzt eigentlich irgendeinen Bonus in Sachen Kälteschutz? Schaden-Solid-Resistenz-Vs-Eis. Uh, yeah. Und der Drachenhelm? Gar nichts. Haltbarkeit 1000. Ah, okay. Der hat... Warte mal, der hat... Oh, der hat sogar 1400. 1400, hä? 1400? Haltbarkeit 1000? Okay. Hey, das war doch sonst nie so hoch. Moment mal. Das war doch sonst nie so hoch. Kann es sein, dass es mit dem Upgrade sich automatisch auch schon teilweise verbessert? Das wäre ja geil. Ja. Wir werden das Eisen aber... Ach, das Eisen sage ich schon. Das Silber aber offscreen farmen. Und... Wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin. Bleibt entspannt. Genieß den Tag. Und... Bye, bye. Bye.